Von den Flüchtlingen, die derzeit in Deutschland ankommen, sind rund ein Drittel Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen sind unbegleitet. Die Gefahren für die Mädchen und Jungen enden jedoch nicht, wenn sie in einem sicheren Land wie Deutschland angekommen sind. Seit November beteiligen wir uns deswegen an der Flüchtlingshilfe in Deutschland. Wir schulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe darin, Mädchen und Jungen in deutschen Flüchtlingseinrichtungen besser zu schützen. Untertitelung des ZDF, 2020